Ich auch, wir haben ja voll viel gemeinsam. Qualität, mhm, schiebt sich gerade Brot mit Billigkäse in den Mund. Guten Herbsti. Ja, so für zwischendurch geht das ja auch. Das ist ja kein Ding. Aber an sich mag ich auch... Oh nein, Boss. Äh. Au. Ich habe das Gefühl, mein Bummerdang funktioniert nicht so ganz. Ich nehme das Wrongsword wieder mit. Achso. Ne. So. Ne. What? Are you freaking kidding? Ich habe es mir in der Luft anders überlegt und wollte nochmal zurück, aber es hat nicht so geklappt. Ne, ich nehme doch nochmal den Bummerdang mit. Äh. Sieht so aus, als hätte ich schon mal ein Item übersehen, ne? Hallo. Hm. Hm. Ne? Hm, hm, hm. Ein bis zwei... Ein bis zwei Fleisch. Tonnen oder Graben? Ja. Ah, okay. Okay. Habe jetzt eine Strachstelle gefunden. Timing. Ja, ich muss das Timing erstmal lernen. Irgendwas passiert hier doch, ne? Und viel mehr Geld. Ich kann mich wieder hinholen. Ah, Gott. Ich kann mich besser konzentrieren. Ach. Ich glaube, ein bis zwei Mal Fleisch pro Woche in my strategy, oder? Hm. So, wenn du gleich mal entspannt Abwechslung brauchst, das ist die E3-Demo freigespielt. Ich habe die E3-Demo... Ach, mit dem hundertsten Tod vorhin, ne? Mit mehreren Toten spielt man Dinge frei. Zum Beispiel den Easy-Mode. Hm. Oh mein Gott, ich treffe mich. Ah. Oh, come on. Aha. Ah. No. Hm. Okay, ich habe verstanden, wie der geht. Den kriegen wir, den kriegen wir. Okay. Vergiss es, vergiss es dir nicht. Hahaha. Aber ja, nix. Irgendwie erinnert mich der Boss daran, dass ich Shield Hero noch weiterlesen wollte. Was ist Shield Hero? Hä? Ey. Achso. Äh. Ja, okay. Bam. Das ist ein Prack. Das... Äh. Zwei gesprungen. Äh. Manga slash Anime. Ich habe nie von gehört. Weil doch ist das der mit dem überdimensionierten Schild, der einfach keinen Schaden kriegt. Das habe ich mal gehört. Ich würde gerne, äh... Reborn as a Vending Machine lesen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was war denn das für ein Try? Der muss so gut sein und so doof. Wer selbst macht kaum... Wow. Macht kaum Schaden. Hä? Ich glaube, Revenge wäre etwas für Dave. Da gibt es hundert verschiedene Endings und Tode, die man freispielt. Haha. Ja, die finde ich alle. In zehn Minuten. Können wir Bayern-Ding in zehn Minuten machen? Oh, die Strecke, die man vom Hauptbahnhof zum Flughafen braucht. Die zehn Minuten. Man steigt quasi in den Hauptbahnhof ein. Oh Gott, der mit. Wer das nicht kennt, google mal Transrapid. Zehn Minuten. Die Rede von Edmund Stoiber. Die dauert keine zwei Minuten. Das ist großartig. Es ist schlecht, dass ich hier stehe. Ich bin safer. Dazwischen zu stehen, erlaubt mir zwar zwei, drei Hits jedes Mal, aber ich muss besseres Timing haben, wenn er seine Keule zurückholt. Und die habe ich halt einfach nicht. Nein. Wenn ihr Bayern zehn Minuten macht. Ich kann gar nicht lesen. Ich habe da so ein... Nein, viel zu weit gesprungen. So ein Bösen vor mir, der mich hauen will. Ich kaufe ein gutes Bier-Stank raus. Okay. Warte, 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 warte. Was ist jetzt gerade? Scheiße. Ah, frick. Das ist ein echt gutes Spiel. Kostet nur ein Fünfer. Kannst du gerne mal ins Gamesket-Brabbel bei mir reinhauen. Den Link dazu. Guck es mir dann an. Ach Gott. Ich dachte so, jetzt muss er doch wegziehen. Der Boss ist echt fies. Der ist gar nicht mal so schwer. Ich bin einfach eine absolute Kacke. Ich laufe dauernd in ihn rein. Das ist mein Hauptproblem. Das ist Kontakten. Da machst du eigentlich fast nie Schaden. Ich mache sau wenig Schaden. Das dauert einfach 100 Jahre. Er braucht für mich drei Hits. Ich brauche für ihn drei Sick Hits. Irgendwie sowas. Er braucht 20 vielleicht. Kann mal einer mitzählen. Das hat ihm jetzt gerade nichts abgezogen. Auch nicht so an vier Hits. Oder fünf Hits. Und er hat drei Leisten verloren. Ich muss halt genau das Ding an seinem Kopf treffen. Und das Gelbe. Nein. Geh weg. Double Hit. Ah, falsche Richtung. Oh shit. Close, 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 close. Au, ja. Reingesprungen. No, drüber. Nein. Das war ein Hit wahrscheinlich. Aber ist er nicht gestorben? Er hatte doch nur noch einen. Und ich habe dreimal gestorben. Oh, wie frech. Ich dachte, er wäre tot. Das war echt betrüft. Das war echt betrüft. Na, wieder in die Kugel gesprungen. Dein letztes HP hält also mehr aus. Ah, wieder reingesprungen. Ja, komm. Das ist knapp. Das ist zu, zu, zu. Ne, 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 ne. Pack ich nicht, wenn ich nur ein HP habe. Aber seht ihr, viele bescheißen mich generell. Er hat Muskeln wieder wunderbar gesehen. Ne. Ne. Ja, 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 ja. Kugel kam zurück. War zu greedy. Nicht so greedy spielen. Der ist nicht schwer. Man muss eigentlich nur wohl. Wohl bewahren. Und nicht zu nah hingehen. Dann ist der eigentlich relativ simpel. Also, er macht ja nichts. Er hat keine großen Attacken. Man muss einfach nur hier ausweichen. Das Leben ist halt, dass ich den Bummer lang nicht sehr gut kontrollieren kann. Wenn ich... Warte mal. Dann... ...werf... ...und dann springen. Das ist eigentlich eine sichere Version. Das funktioniert. Das ist gut. Hier wird man belohnen, wenn man den Bummer lang beherrscht. Das fällt auch in die richtige Richtung schießen jedes Mal. Dann wäre das actually einfach. So muss ich nämlich echt nicht nahe an ihn ran. Wenn ich den von unten nach oben schieße. Und nicht von oben nach unten. Aw, dann... ...üßt halt nicht NOTHELFEN. Das würde man am besten, wenn er... ...kommt. Na... ...fraue mich nicht. Risky. Ja. Ich hatte einen Doppel-Hit. Na, schade. Ja! Nee. Nein, dein HP'n. Ich find's nicht, Herr Winter. Nee, nicht so wie vorhin. Wie viele Hits sind denn sein letztes HP? Sag mal. Das ist frech. Ja, das war das 4-Up-Kund-Fitz sein letztes HP, ne? Urgh. Du mal Sack. Danke fürs GG. Der ist nicht schwer, man muss nur eigentlich da ist. So. Ich mach' nicht den Fehler wie vorhin. Und lauf' weiter. Feiern. Danke für die GG's. Fast no hit. Jetzt hat er auch genug Zeit zum üben. Äh, Dev, ich weiß, dass Komplimente gerade von mir wirklich schwierig sind. Aber du machst das echt gut. Du musst mich ja bestärken, dass ich... Welcome to your Doom. Ach, das war das Tutorial bisher, oder? Oh, guck mal ein Goomba. Sollte mal schon zum Sanas gehen. Du musst mich ja irgendwie bestärken, dass ich das, was du mir eingebrockt hast... Oh. Weiterspiel! Ach, was hast du denn ne Axt? Hier hat vor allem viel Schaden gemacht, die Axt. Hm. Na gut. Musik ist geil. Das stimmt. Aber das ist ja die ganze Zeit schon in dem Spiel. Musik ist geil. Äh. Äh. Will ich das sterben? Also, wie? Wo? An was? An was? An was? Den Boss haben wir. Den Boss haben wir. Das ist okay. Hä? Jetzt beginnt das Spiel richtig. Ja. Doom? Spielen wir jetzt das alte Doom? Ich hab noch nie Doom gespielt. Irgendein Teil. Muss ich eigentlich auch irgendwann mal nachholen, glaub ich. Egal. Ne, toll. Ich bin schon wieder fast tot. What? Hat mich der bewirrt? Den Punkt hat eben ein bisschen was von Dr. Wily Stage. Mega Man wäre eine Sache, die ich mal gern spielen würde. Ich hatte ein einziges Mega Man Spiel und das war vor 20 Jahren auf meinem ersten Handy. Das war... Ja, du hattest halt acht Gegner. Ich weiß noch nicht mal, was das für eins war. Dass das Ding da über mir weggeht. Hm. Ähm, du hattest im Endeffekt neun Felder. So, dreimal drei. In der Mitte war Mega Man. Du konntest dir aussuchen, welchen du bekämpfst. Von den Bossen. Du hattest dann so eine Stage halt immer. Die Fliege da oben geht nicht weg. Ach ja, der da. Ich hab später ver... Oh, jetzt... Ist das nicht literally jedes Mega Man? I don't know. Ich hab nur das gespielt. Man konnte halt immer... Zwei Wellen gegen... Ah, hallo. Deswegen... Prinzipiell hat mir Mega Man Spaß gemacht. Damals. Der war ja aber noch jünger. Ja, das hat mir alles Spaß gemacht. Hauptsache... Videogame. Hä? Wollen wir das Spiel wechseln? Ich glaube, das reicht für heute, oder? Ein Witz. Ja, klar. Ich sterbe hier gleich wieder. Ich kenn's doch. Einen kleinen Forge. Das würde ich aber gern haben. Geh weg! Hab damit. Hä? Nein! Jetzt schnall ich's. Hm, FTL? Die Frage ist eher, äh... Ob Milchi und Lowell ready sind. Wart ja eigentlich nur auch darauf. Ein Hase kommt in die Kneipe. Ein Kölsch und einen Schnaps, du Arsch! Der Hase bringt aus und zahlt und geht. Am nächsten Tag wiederholt sich das Spiel. Ein Kölsch und einen Schnaps, du Arsch! Daraufhin, der Wirt sauer. Wenn du mich noch einmal Arsch nennst, nagel ich dich mit deinen zwei Ohren an die Dicke fest. Am nächsten Tag kommt der Hase wieder und setzt sich in die Theke und fragt... Hat du Hammer? Nein, antwortet der Wirt. Hat du Nägel? fragt der Hase. Wieder von einem Der Wirt. Darauf der Hase... Dann ein Kölsch und einen Schnaps, du Arsch! Hm. 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 Du hast auch schon einen Boss gemacht. Ich hab sogar zwei Bosse gemacht. Na, du Möhrchen. Ich hab damals das Dinosaur King DS Game gefeiert. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Hopp, hopp. Ignorier den einfach. So, warte. So, ich kann nämlich das Feuer... Also, ich muss auf die blöden Leuchter aufpassen, ey. Die kommen dann trotzdem. Au. Hä? Steppst du das mal bitte? Warum steppt denn der nicht? Was soll ich denn geben? Na, komm. Na, ich hab nichts anderes zu tun. Die Witze sind nur so mittellustig. Kann das sein? Ja. Das ist ja der Witz. Die Witze sind hauptsächlich da, um mich leiden zu lassen, weil sie furchtbar sind. Sogar vier Bosse. Ich hab sogar vier Bosse. Guck mal. Hm. Ein Anime-Lizenz-Spiel mit Dinos Stein-Shared-Papier gespielt. Hast du bitte was? Actually, warum? Warum schießt er denn immer im Hohen Bogen? Ich steh vor ihm. Das ist doch dumm. Ich erwarte zu viel von dem Spiel. Session Lowell und Melchie sind nicht da. Pflanze dich Wärmchen auf dem Klappen-Zelder-Witte. Ja, die Witze sind eine Tortur. Ja, genau. Ne. Die waren ja noch so schlecht, dass sie wieder lustig waren. Aber dieses Kapitel ist wirklich... Ja, ist das... Momentan sind wir bei den Tieren. Deswegen... Wirklich... Oh Gott. Unnötiger Hit. Wenn man gut ist, kann man selbst sogar... Ohne Witzgold, ich würde sie erleiden lassen. Läden sie nichts denn vor, Leute. Ja. Ja, ihr zwei. Nein, das ist... Das ist... Ich denke, dass er was skippen... Nur nicht mal lang genug. Das muss wirklich... Dass es sich lohnt, dass man es skippt jedes Mal. Er ist gefährlich. Jetzt schießt er den unten lang. Ich dachte, er ist tot. Das ist ja noch nicht mal ein Bus. Das ist einfach nur ein Fettsack, der da im Weg steht. Den schlafen ist der Lachse. Da könnte ich im Weg liegen. Und dich ansabbern, statt mit Feuer anspucken. Nein, jetzt hat er mir voraus, dass er Geld für TTS hat. Deswegen... Deine kann ich überlesen. Läden seine nicht. Nicht. Why? Noch 480 Münzen für die neue Rüstung. Richtig, Farmen? Sag mal, 1023. 15 hast du mir gegeben. Wie oft muss ich den töten? TTS Text-to-Speech. Donations werden ja hier vorgelesen. Und Bits ab 100 genauso. Bei dem kann ich mich da nicht entziehen. Milchie, Laura, seid ihr da? Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. So, 31 Mal. Wollen wir den schon 31 Mal töten? Warum dürfen wir denn den ganzen Weg erst mal zurücklaufen, ne? Sie können dich nicht hören. Ich merk's. Ich brauch die neue Rüstung. Ich bin zu schaden. Das geht nicht. Oh, das war mehr Geld. Warte mal. Ah. Der kann auch mehr droppen. Mit ein bisschen Glück. Das ist richtig geiler Content, ich weiß, ne? Also, nochmal zum Senf, ne? Ah. TTS steht eindeutig für Torture-Tools. Das versprochen, Dave. Ja. Schlafwunderbar. Danke fürs Mitgekommen sein. Danke für den Sub. Danke für den Follow. Hab eine gute Nacht. Ich krieg einfach wirklich zu viel Schaden. Das Problem ist, Phelous hat jetzt gesagt, dass ich den hier töten muss, ne? Das ist... Käme ich mit Ketchup oder Senf nicht aus. Ich weiß nicht, wie ich unkürte. Ich enttäusche. Ketchup. Ketchup ist auch gut. Wir haben... Schnutje hat irgendeinen Ketchup gefunden, der keinen Zucker hat und saugut schmeckt. Ich kann leider nicht sagen, wie die Marke heißt. Monkfil Saus. Naa. Ne, stimmt, wir haben... Ja, wir haben Sonntag. Ich war gerade kurz durcheinander. Ja, und schlaf wunderbar. Komm gut in die neue Woche. Dann kann ich aber noch sehen. Ich bin kein Geist, oder? Ja, ja, ja. Was? Was hab ich was überlesen? Ups. Ich ging was überlesen, aber einfach nochmal. Dann haben wir es bald. Dann müsste es so teuer sein. Ich hab da sogar einen Haufen Geld mitgenommen, immer. So, letzter. So, aber... Ich bin ja nicht blöd. Ich speichere jetzt. Bin wieder da. Du hast noch nicht geguckt. Ne, hab ich noch nicht. Sehr gut. Oh Gott. Jetzt bin ich wieder bei dem Ort, ne? Ja. Halt. Warst du vorher auch schon da? Und plötzlich haben wir so eine Ex. Ja, ich hab keine Ex. Hopp. Ja, bye. Equip. Ich hab doch einen Speicherpunkt. Wo war denn der? Ja, da. So, neue Rüstung. Warte mal, verkaufst du mir jetzt eine Ex? Thank you. Nee. Ich hab keine Ex. Woher soll ich denn eine Ex bekommen jetzt auf einmal? Genau, deswegen hab ich gespeichert. Äh, hab, 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 hab. So. Hm. Eine dofe Idee, wie wär's mit FTL-Raden? Mit mehr so den Leuten gegenseitig kämpfen. Man gewinnt entweder mit Highscore oder Beat the Flagship first. Das Problem ist, das ist halt einfach nur der, der am meisten Glück hat. Gewinnt dann. Das halte ich für, hm. Ja, ich find den Approach natürlich nicht schlecht, aber... Einfach nur Lack. Da du ja keinen bestimmten Seed einstellen kannst, dass alle denselben Seed spielen. Ist das bei FTL ein bisschen schwierig. Sonic Race. Mhm. Mhm, 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 mhm. Du kannst ein Seed haben. Ja, aber dann musst du das irgendwie modden. Davon hab ich keine Ahnung. So, jetzt bin ich gespannt, wie viel der Typ mir Schaden macht gleich. Guck mal da. Wieso fall ich nicht? Ich bin da noch nie runtergefallen, wenn ich einfach nur straight nach rechts bin. Wieso diesmal? Ach so, wenn ich eine neue Lüstung hab. Die ist jetzt schwer, die zieht mich nach unten, oder? Erließ dich, erließ dich. Ja, ja. Wenn ich mir was überlese, schreibt's einfach nochmal. Der Spam ist voll okay. Aha. War super. So, sonst habe ich ja mehr HP. Ah. Geht's have the sch... PAKA. Yes. Safe, 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 safe. witzig ja das finde ich cool oder sind geiles system links oder rechts links oder rechts links oder rechts nach rechts in solchen spiel immer wichtig ein bild wie jemand vom blitz gebrochen wird ein auge im himmel gott okay hallo doch das verstehe ich nicht was wie süß ist dieser feuer spuckerwurm aus feuer spuckerwurm da komme ich nicht hin ich kann nicht so hoch springen sondern nicht so weit ich habe unseren alzheimer ach so ja da ja 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 ok wenn ich gerade eben bekämpft habe jemand ja 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 ich habe den legit schon wieder vergessen ich sage ja etwas ist abgeschlossen mein hirn clear er war tot er ist tot also vergesse ich ihn da oben stand was ich habe die axt aber sehr auf cooldown ich kann die so werfen aber es dauert dann bis ich wieder äxte bekommen der ist aber wirklich castlevania im alter hat das gehirn nicht mehr so viel ram ja 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 ich könnte es wirklich speichern das bekämpfen ist jetzt schwieriger bin ich auf einmal range ne zu ich habe ich bin sie 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 wait Warte mal Schnell laufen Damn you, Spiel Ich hab keine Äxte mehr Ich hab keine Äxte mehr Ich hab keine Äxte mehr Jetzt hab ich die Ich hab keine Äxte mehr Ich hab keine Äxte mehr Dein ist hier Es ist hier Wo sind die Äxte? RNG-Loot? Nein. Nein, komm. Oh, nein. 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 I don't think he's shooting. Okay, man kann aber auch Melee noch schießen. So. Das speichere ich. Das speichere ich. Ne. Ne, 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 ne. Das lass ich nicht mit mir machen hier. Ach, ein G-Loot. Lobelack. Ah, der geht sogar wieder nach oben. Okay. Ach. Oh, nee. Die Äxte machen viel mehr Schaden. Ne. Ah, nee. Halt. Hier. Hier. Das war's für heute. ich sag nochmal gefühlt jede wand in diesem game ist fake na 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 das will ich ich muss gerne lernen kurz zu springen da durch zu kommen aha ich hoffe es auch mal zu spielen das heißt anu hat mich influenzt damit ich euch influenzen kann vollgemacht anu was ist dein share wie viel kriegst du pro spieler den du angeworben hast da ist eine verkackte seite da war ich den boomerang da fehlt aber immer noch was unterwegs mit mods kann man einen eigenen seat haben keine ahnung von mods kann mods nur dann installieren wenn sie steam workshops sind nämlich einfach anklicken sonst habe ich von mods keine ahnung nein oh wow ja gut wir haben sie in one shot zu weit gelaufen na na äxte ich klicke das hin ich klicke das hin er will die seite haben die black magic seite da oben der alter mann hat mir vorhin hat mich heiß gemacht auf die ein auch ich neben das ich 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 muss mit der axt hingehen das kaputt machen zurücklaufen den boomerang holen ich habe mich meine eigene axt erschlagen eigentlich ich habe mich getroffen hallo danke hier ist aber kein steuerpunkt hey aber es gibt deutlich weniger schaden was ist denn ernst oh mein gott beten blitz und beten ich will nicht mehr will ich hier ist lowell schon wach weißt du das gerade haben die das auch gewicht nähe ich kann helfen auch wenn du magst ftl multiverse sind sie automatisch da war extrem viele neue sachen drin lowell ist wach lowell ready ich mag ihn nicht mehr ich schreibe sogar mit ihm ist gut selber timeout tschüss du kennst doch das böse wort er wird das nämlich jetzt hier lassen aber wir können auch die e3 demo angucken warte mal ähm the log the lost demo shown at e3 2014 ah da waren wir doch schon ok das war die 2014er demo das ist eine geile mechanik so check er war dumm er hat sogar den zerlegt da oben aber ich habe das geld nicht bekommen von ihm oder ok ein end metroid also hier er hält ein bisschen mehr aus warum kommen wir nicht hin ist jetzt auch nicht so viel anders zum normalen ist oh gott der erste boss ok, komm, 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 den demoboss will ich jetzt wenigstens noch machen oh ok ja das berühre, ich hasse es, dass berühungen Schaden machen Ich kenne aber so eine Sache. Es ist Millionen Champions! Ja Ich habe auf Menü gewirkt, das war wirklich